Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es noch ein letztes Mal um die Midwinterpest. Die ist nämlich in zwei Tagen weg, deswegen hier nochmal ganz wichtig ein paar Informationen. Außerdem wird es Anfang nächsten Jahres Path of Exile nochmal geben. Ich habe den zweiten Akt durchgespielt. Ich bin dabei das aktuell zu schneiden, das dauert noch ein bisschen, deswegen könnt ihr da schon mal gespannt sein. Hat etwas länger gedauert als Akt 1, war aber sehr nice wie ich finde. Wir werden das hier passen, wollen wir auf jeden Fall mal einen Follow da lassen. Aber heute geht es hier wie gesagt nochmal um die Midwinterpest. Und hier gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, das Ding ist in zwei Tagen weg, bedeutet, holt euch auf jeden Fall noch die Skins hier, falls ihr die noch haben wollt. Die sind in zwei Tagen gone und ich glaube auch nicht, dass die später nochmal wiederkommen, weil die schon ein sehr winterliches und weihnachtliches Thema hatten. Kann ich mir also nicht vorstellen, dass sie so in den Shop nochmal reinkommen. Deswegen holt euch die auf jeden Fall, wenn ihr die holen wollt. Außerdem würde ich euch echt empfehlen, die Gileons Gebräue zu holen. Das bedeutet, wenn ihr noch ganz viele von diesen Beweisen übrig habt oder aktuell sowieso noch farmt, egal ob es jetzt Obolusse sind oder Gold oder sonst irgendwas. Dann gebt auf jeden Fall die Beweise aus und vergesst das nicht und holt euch ganz viele Gileons Gebräue oder die Midwinterbeute oder Midwintertasche für Gold. Ich würde empfehlen aber die Gebräue, weil die richtig einzigartig sind. Sie kriegt ja 15% mehr Erfahrungsgewinn und das habt ihr mit keinem anderen Elixier. Wenn wir uns die normalen Elixiere angucken, da gibt es höchstens 5%. Das lohnt sich also auf jeden Fall extrem. Der dreifachen Wert an mehr Erfahrung, auch wenn es später in Eternal reinkommt. Falls ihr da nochmal reinschauen wollt oder reinspielen wollt, irgendwann später. Holt euch so viele Gebräue wie möglich, weil die werden auch nach der Midwinterpest weg sein. Das werde ich auch auf jeden Fall noch machen und mich da noch ein bisschen eindecken. Außerdem habe ich euch ja gestern ein Video gemacht für meine Erwartungen oder worauf wir uns freuen können 2024. Es gibt auch ein quasi offizielles Inhaltsverzeichnis kann man sagen. Ich blende euch das hier einmal ein mit dem Link unten. Leider alles auf Englisch, weil die Seite halt auf Englisch ist. Aber da könnt ihr nochmal alle sehen, was wir aktuell wissen für 2024. Hatte ich im letzten Video leider vergessen zu sagen. Ist aber ganz cool, weil wir da genau sehen, Season 3 kommt, neuer Endgame-Content, die Höllenflutänderungen, mehr Quellen für 925er-Items, der Gold-Input beim Traden wird ja auch mit reinkommen für Season 3. Hatte ich auch ganz vergessen. Auch wenn es nur eine kleine Quality-of-Life-Änderung ist, aber soll auch mal gesagt sein. April kriegen wir Season 4 und da gibt es ja auch ganz viele Itemization-Changes, wurden ja auch schon angekündigt. Und nochmal erneute Endgame-Content und Ende 2024, wie gesagt, das DLC. Eine Sache, die ich auch vergessen habe, ist, dass eine Implementierung kommen soll, womit jeder Aspekt, den wir in der Welt haben, zum Beispiel hier den Pulverisieren, Aspekt, den man aktuell nur random in der Welt finden kann, als Kodex der Macht reinkommen soll. Und das gilt für alle Aspekte, die aktuell nur random gefunden werden können. Da gibt es ein paar, die richtig schwierig zu finden sind. Loot-Filter, Loadouts und mehr Social Features sollen reinkommen. Deswegen, ich werde euch die Liste einmal unten verlinken. Da steht alles perfekt drin, dass ihr da auch nochmal reinschauen könnt, was wir für nächstes Jahr noch erwarten können, was wir schon wissen. Und vielleicht habt ihr es ja auf Instagram schon gesehen, aber hier auch nochmal Danke ans Diablo-Team. Haben mir eine schöne Happy Helly Days-Karte geschickt. Also wirklich nett, dass man hier an mich denkt, obwohl ich ein relativ kleiner Creator bin. Da geht auf jeden Fall nochmal ein Shoutout raus und ein liebes Danke an das Diablo-Team. Viel mehr gibt es aktuell tatsächlich nicht. Ich denke mal, nächste Woche werden wir schon Neues hören zum Campfire. Bedeutet, es ist jetzt mein letztes Video über Diablo dieses Jahr. Und ich denke auch, bis zum nächsten Campfire wird es etwas ruhiger und anderer Content kommen. Deswegen wundert euch da nicht. Ich würde mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.